Schönen guten Morgen da draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren Partie Schach in der Lagune. Natürlich wieder mit Kaffee. Der Tag hat noch nicht so richtig angefangen für mich, deswegen möchte ich meine grauen Zellen etwas in Wallung bringen, indem ich ein bisschen Schach spiele. Ich fange erstmal wieder mit Aufgaben an und dazu eben meine obligatorische Ladung Koffein zu mir nehme. Richtig cool, was ich in den Kommentaren gelesen habe. Ich kriege gute Tipps von euch. Dadurch, glaube ich, lerne ich auch sehr, sehr gut. Ich denke, es macht schon Sinn, sich selbst in so eine Spielsituation zu begeben, damit man halt auch mit der nötigen Aufmerksamkeit bei diesem Problem ist. Und wenn man dann auf den Fehler hingewiesen wird und so weiter, dann merkt man sich das alles viel besser, weil es eben auch so eine persönliche Geschichte ist. Jetzt hier bei so einer völlig anonymen Aufgabe, wo keiner weiß, wo das jetzt herkommt und so. Klar, das hilft auch, aber ich glaube, sowas vergesse ich eher. Aber die eigenen Spiele, die vergesse ich, das ist zumindest die Hoffnung, nicht so schnell. Gut, also dieser Läufer ist frei und bedroht danach diesen Turm. Nur, wenn ich jetzt den Läufer schlage, dann kann Schwarz einfach meinen Turm wegnehmen. Das ist nicht so gut. Das wollen wir nicht so gerne. Ich glaube, Schwarz hätte dann einen Vorteil. Definitiv. Also das wollen wir nicht machen. Ja, das springt einem erstmal so ins Auge, aber das machen wir nicht. Was ist, wenn ich mit dem Turm hier auf diese Gerade gehe? Angenommen, Schwarz schlägt mich dann. Schlage ich zurück. Schlägt Schwarz wieder zurück. Nochmal. Schwarz schlägt mich. Ich schlag Schwarz. Schwarz schlägt mich. Ich schlag hier. Aber, ja, nee, aber Schwarz hat dann immer noch einen Turm übrig. Ah, das habe ich gerade nicht gesehen. Ich bedrohe ja auch mit dem Pferd diesen Turm. Also ich muss meinen Blick für die Pferde immer noch schärfen. Es ist einfach so unintuitiv, diesen Radius sich klar zu machen. Dass das Pferd ja durchaus hier weite Teile des Feldes, also das halbe Feld sozusagen, überspringen kann. Wenn ich hier schlage, das wäre gut. Ja, dann ist der Turm weg. Er schlägt vielleicht mein Pferd, aber dann schlage ich seinen zweiten Turm. Nee. Ich schlage seinen Turm. Er schlägt meinen Turm. Dann wäre es zumindest kurz ausgeglichen. Ja, aber wie sollte es dann weitergehen? Dann bin ich mit meinem Pferd da hinten. Hänge mehr oder weniger fest. Ich sehe da noch keinen Vorteil für weiß. Was ist, wenn ich mit dem Pferd einfach hier reinspringe? Das wäre, glaube ich, ganz doof. Das bringt nichts. Mit dem Pferd hierhin hatte ich gerade schon überlegt und bin nicht so gut befunden. Also das Gute ist, genau, ich könnte danach Schach bieten. Also ich gabel hier den Turm und diesen Bauern. Sofern er sich entscheidet, meinen Turm zu schlagen, könnte ich erst mal, ja, dann bietet er allerdings auch erst mal Schach. Da muss ich dann auch erst mal raus. Also. Hat es jemand von euch schon? Wahrscheinlich, ne? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie ein erfahrener Spieler jetzt so auf den ersten Blick sowas schon sehen kann. Also wenn ich hierhin springe, setze ich auch den Turm unter Druck. Aber gut, er schlägt dann sofort meinen Turm. Und damit hat sich die Sache erledigt. Was ist denn, wenn ich mit dem Turm hier weggehe und den Läufer bedrohe? Der Läufer steht dann massiv unter Druck, weil er auch nicht geschützt ist. Und Schwarz kann jetzt zumindest nicht im ersten Schritt mich angreifen. Das ist mit Sicherheit falsch. Ich meine, ne, so, ich kann jetzt überall hin mit dem Turm. Macht vielleicht Sinn, hierhin zu gehen, aber... Oh Mann, das ist ein schweres Rätsel. Ich will das jetzt mal rausfinden. Ich will nicht schon wieder, dass es heißt, nicht gelöst. Versuch's nochmal. Das muss doch irgendwie... Also, der Gedanke ist nämlich der, wenn ich dann irgendwann die Lösung sehe, dann denke ich, ach ja, ist ja klar. Also dann fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Das heißt, solange ich so denke, ah ja, kann man mal versuchen, solange habe ich wahrscheinlich die richtige Lösung noch nicht herausgefunden. Also, wenn ich sie sehe, die Lösung, dann weiß ich auch, dass sie stimmt. In aller Regel. Also, hierhin springen macht keinen Sinn. Da würde mich der Läufer möglicherweise schlagen. Dann würde ich den Läufer schlagen. Bedrohe damit den König. König könnte aber irgendwo hierhin ausweichen oder sogar den Bauern zurückschlagen. Und dann stehen wir auch mehr oder weniger gleich wieder da. Beziehungsweise, ich habe sogar einen Bauern verloren. im Vergleich zum Gegner. Also, das scheint mir auch nicht so sinnvoll, mit dem Pferd hierhin zu springen. Aber ich versuche jetzt mal so die nicht allzu nahe liegenden Züge. Also, nochmal. Ich schlage ihn hier. Schwarz würde dann nicht das Pferd schlagen, sondern natürlich meinen Turm und Schach setzen. Das wäre natürlich viel schlauer für Schwarz. Ich könnte natürlich dann mit dem Turm hier runtergehen. Das Schach aufheben. Er müsste mit dem Turm weg, weil der Turm ist nicht mehr geschützt. Er geht irgendwo hin. Nee, dann schlägt er mein Pferd. Ja, und dann? Weiß nicht, ob das so clever ist. Okay, ich muss glaube ich es leider doch ein bisschen durch exerzieren. Meine Vorstellungskraft reicht noch nicht so weit. Also, ich mache es jetzt einfach mal. Was war für mich das Vielversprechendste? Vielleicht einmal hier schlagen. Schlagen wir mal hier. Nicht gelöst. Dann schlagen wir mal da. Nicht gelöst. Und meine Taktik fällt wieder in den Keller. Dann war ja noch, ja, das ist ganz doof, weil der Läufer ja mein, dieses Feld hier noch abdeckt. So, dann hier schlagen. Boah, ist das eine schwere Aufgabe. Hier schlagen führt zu was? Er schlägt mich. Immerhin sind wir da noch gleich auf. Wir machen es mal. Bester Zug. So, ich habe jetzt aber noch nicht so ganz verstanden, warum. So, jetzt kann ich natürlich hier noch schlagen. Ja, warum nicht, ne? Ja. Okay. Also, man tauscht den Turm einmal aus und kann sich danach den Läufer noch wegnehmen. Ah, okay. Ach, tut mir leid. Ich verstehe manchmal nicht so richtig, was ist das Ziel von so einer Aufgabe? Mir würde es, glaube ich, leichter fallen, wenn es heißen würde, finde den Siegeszug für weiß. Also, wo man auch irgendwie zwei Züge hat und dann ist schwarz aber auch matt. Oder umgekehrt natürlich. Aber so diese Aufgabe, einen Vorteil zu bekommen, wie auch immer der aussieht, also meistens äußert er sich ja dadurch, dass man am Ende mit einem Teil mehr dasteht. Das ist für mich wirklich noch schwer. Offensichtlich. Wieder viele Steinchen auf dem Feld. Der König ist eigentlich recht weit da hinten abgesichert. Meine Pferde sind relativ aktiv und blockieren auch mehr oder weniger alles andere. Ich kann hier mit der Dame noch durch. Ich hatte, also meine erste Überlegung war, ich gabel hier irgendwas, aber das funktioniert nicht. Zum einen ist hier der Turm und zum anderen der Läufer kann natürlich hier auch das Feld schlagen, die Dame kann das Feld schlagen, das Pferd kontrolliert das Feld noch mit. Also dahin zu springen würde wenig Sinn machen. Da kann ich wenig gegen aussetzen. macht das Sinn mit einem Bauern einen Zug zu machen? Also was ja auch immer so für die Dame eine Gefahr ist, ist das Pferd. Nur, dass ich hier nicht hin kann, um die Dame zu bedrohen, weil der Bauer da ist und hier kann ich auch nicht hin. Das ist mir zu schwer. Lee Chess fordert mich ganz schön. Kann Lee Chess nicht einfach mal ein paar Sachen machen, die ich sofort sehe. Hier hin zu setzen, wäre zumindest nicht direkt ein Nachteil. Nachdem mich der Läufer schlägt, schlage ich den Läufer. Dann würde mich gegebenenfalls wieder der Bauer schlagen. Wäre hier die Linie offen und da hätte ich aber nicht wirklich was gewonnen. Nicht wirklich. Hier hin zu gehen, habe ich ja schon gesagt, das Feld ist trilliardenfach kontrolliert. Wenn ich da jetzt mit dem Pferd hinspringe, würde mich als erstes wahrscheinlich der Läufer schlagen. Dann schlage ich den Läufer und schlägt das Pferd den Bauern und das war es halt auch schon wieder. Mehr Handhabe habe ich da nicht. Hier hinsetzen macht das Sinn. Ich gucke gerade, ob es irgendeinen Pin gibt. Meine Güte, ist das kompliziert hier. Das ist ja eine wirklich verzwickte Situation. Wenn ich das Pferd hier wegräume, dann ist der Turm frei und was vielleicht auch auffällig ist, der Turm ist nicht geschützt. Also wenn ich Gelegenheit habe, ah ja, so machen, ja doch, so könnten wir es machen. Ich opfere mein Pferd hier auf der Seite. Ist eigentlich fast egal. Ich könnte wahrscheinlich genauso gut hier hinspringen, aber hier ist wahrscheinlich noch besser, weil die Dame im Visier ist. eher, also weiß wird höchstwahrscheinlich mein Pferd schlagen oder die Dame wegräumen. Wahrscheinlicher schlägt mein Pferd. Ich schlage den Turm und setze Schach. Das ist es. Das ist die Lösung. Ach, schade. Hier hin. Warum war das denn jetzt so viel schlauer? Egal. Ja, das habe ich jetzt wirklich nicht verstanden, warum es besser ist, nach rechts zu springen als nach links. Also die Profis unter euch können wir jetzt vielleicht einmal erklären. Bam. Okay. Also ich habe das Gefühl, eigentlich hatte ich die Lösung. So von der Denke her war es richtig. Ich habe jetzt nur nicht ganz verstanden, warum die eine Richtung besser wäre als die andere. Und diese Denke, ich opfere erst mal eine Figur, um dadurch dann halt einen bestimmten Vorteil zu kriegen. Das ist so eine Denke, die ist mir noch gerade etwas fremd. Und da muss ich noch etwas hintersteigen. Also hier ist es natürlich naheliegend, den Läufer mir wegzuschnappen. Der ist allerdings genau geschützt vom Pferd. Und das Pferd ist hier auch gefährlich nah. Richtet aber jetzt im Moment nicht allzu viel Schaden an. So. Hirnspringen. Ach, diese Vibration ist immer so laut. Habt ihr eigentlich überhaupt eure Töne an auf euren Smartphones? Die vibrieren so laut, die hört man auch durchs ganze Haus. So. Zurück zum Thema. Ja. Das war ja vorhin eine gute Erkenntnis, zu sehen, welche Figuren nicht geschützt sind. Also die so ein potenzielles Angriffsziel sind. Davon haben wir hier auch die beiden Läufer. Und ja, eigentlich auch dieser Turm hier hinten. Ich bin hier auf der Diagonalen. Aber das, bis ich mich da durchgeboxt habe, das dauert zu lange. Aber die Läufer, die könnten ein Ziel sein für mich. So. Ich könnte mit dem Pferd hier hinspringen und erst mal auf den Läufer abzielen. Ja, genau. Das machen wir. Und falls Weiß mit dem Pferd schlägt, schlage ich dann eben den Läufer, weil nämlich ja das Pferd dann die Deckung aufgibt. Das wird es sein. Warum? Das war doch, das war doch total vernünftig. Ich spring hier hin. Dadurch ist natürlich jetzt noch nicht kein Schaden angerichtet. Boy. Schach ist wirklich nicht so einfach. Okay. Soll ich etwa erst den Läufer schlagen oder wie? Aber dann schlägt mich das Pferd. Dann gehe ich mit dem Pferd meinetwegen dahin. Das ist ja auch irgendwie Blödsinn. Ich raff's nicht. Ich versuch's jetzt mal wieder. Ich mach jetzt wieder Guerilla-Taktik. Nee, war natürlich auch falsch. Ach, das sah für mich so plausibel aus. Also in einem echten Spiel hätte ich das genau so gemacht. und hätte dabei auch noch gedacht, Mensch Klaus, was bist du clever mit diesem Zug. Sind die schwerer als letztes Mal, die Rätsel? Letztes Mal ist es mir viel, viel leichter gefallen, die Sachen hier zu lösen. Also mit den, also die Türme aufgeben, würde ich jetzt eigentlich eher vermeiden, so prinzipiell. Ich muss gleich erst mal ein richtiges Spiel machen. Aber ich werde die Spiele auch verlieren. So, hier kann ich natürlich Schach bieten. Dann würde mir das Pferd sofort weggenommen. Dann würde ich den Läufer nehmen. Und dann würde ich aber wieder den Läufer weggenommen bekommen. Und das war's. Das wäre ein Nachteil für mich. Wenn ich hierhin gehe, ziehe ich auf den Läufer, aber der wird mich einfach schlagen. Fertig. Es ist echt ein Mysterium. Das habe ich ja gerade versucht. Hierhin zu springen macht auch keinen Sinn. Dahin, dahin nicht. Hierhin meines Erachtens auch nicht. Nee. Gott, bin ich frustriert. Ah, ich könnte hier den Turm bedrohen. Würde das denn, wie würde das weitergehen? Wenn ich jetzt mit dem Läufer hierhin gehe und sage, lieber Turm, wenn du dich nicht bewegst, bist du gleich weg. Er zieht den Turm irgendwo hin. Man weiß aber nicht genau, wo. Und das war's dann auch wieder. Dann zu sagen, ich schlage den Läufer auch alles relativ witzlos. Also mit dem Läufer hier wegzurücken macht auch keinen Sinn, wenn du mich fragst. Nur so langsam gehen mir die Ideen aus, was ich überhaupt machen könnte. Es sind doch nur 8x8 Felder. es kann doch eigentlich nicht so viele Möglichkeiten geben. Ja, ich muss es probieren. Naja, war natürlich falsch. Hierhin ist falsch. Das Pferd schlagen. Kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen, dass das irgendwie schlau wäre. Also das war für mich das einzig Denkbare hier, aber das war offensichtlich ja auch falsch. Gott, ist das frustrierend. Ich finde, ich finde die nicht raus, die Lösung. Ich lasse mir die Lösung anzeigen. Keine Lust mehr. Oh, okay. Ich soll tatsächlich das Warum? Puzzle Complete, das war's. Warum soll ich denn bitte das Pferd schlagen? Dann schlägt doch weiß mein Turm. Was ist daran jetzt so clever? Ja, weil das Pferd mich genervt hat, nehme ich es einfach weg. Ich opfere wieder das gleiche Spiel. Ich opfere halt meinen Turm. Kriege dafür aber ein Pferd und einen Läufer. Ah, Mann. Ja, so schwer ist es eigentlich gar nicht. Ich brauche jetzt erstmal einen neuen Kaffee. So, es geht weiter. Und ich fände es ganz cool, wenn ihr die das alles mit mir durchleiden, vielleicht mal so ein paar Zeitmarker in die Kommentare schreibt, damit diejenigen, die meine Spielzüge sehen wollen und nicht nur gucken wollen, wie ich minutenlang oder stundenlang hier überlege, dass die so skippen können, wenn ihr versteht, was ich meine. So, jetzt hoffe ich, dass meine Denke so langsam mal diese Möglichkeit auf den Schirm hat, dass ich einfach eine Figur opfern kann, um die Brettsituation eben zu meinen Gunsten zu verändern. So machen wir das jetzt auch mal. Also ich kann hier meinen Turm hergeben. Der ist hier wunderbar von dem Bauern geschützt. Und natürlich ist hier die Verlockung groß, irgendwie matt zu setzen. Hier gibt es auch einen Pin, wenn ich hier hingehe. Also es gibt hier auch mehrere Möglichkeiten. So, jetzt komm schon Klausi, das schaffst du jetzt. Also hier hin zu setzen ist Quatsch, dann würde mich der König sofort schlagen. So, hier hin zu setzen ist nicht ganz dumm. Ich würde die Dame zwingen, sich weg zu bewegen. Das war es dann aber auch. Die Dame geht dann irgendwo hin, vielleicht sogar zum Gegenangriff über und ist fein raus. Die würde jetzt nicht sofort den Reflex haben, selbst wenn sie mich jetzt nicht sofort unter Zugzwang setzt, was soll ich groß machen? Ich kann dann hier diesen Bauern schlagen und dann würde mich der Turm zurückschlagen und das wäre dann vorbei. Also ich dann haben noch die Dame als aktives Figürchen ganz ehrlich wenn ich jetzt hier auf die Grundlinie gehe dann hat der König echt ein Problem weil er kann ja hier nicht ausweichen er weiß muss eine dieser Figuren hier zur Hilfe nehmen das muss die Dame sein und dann schlage ich die Dame das war aber jetzt auch eine leichte Aufgabe wie ist die geratet 1 1600 ganz ehrlich das müsst ihr mir auch mal schreiben vorhin da mit meinem Springer wo ich den Eindruck hatte dass das doch eigentlich auch eine plausible Lösung ist warum die nicht richtig war das würde mich schon mal interessieren eine letzte weil das jetzt ganz gut geklappt hat hoffe ich irgendwie dass es jetzt so weiter geht wieder so viele Figuren das fällt mir schwerer mit vielen Figuren sind einfach so wahnsinnig viele Möglichkeiten also klar Läufer hierhin ist nicht ganz doof Dame kann mich nicht schlagen weil das Feld noch vom Pferd mit kontrolliert wird und das Pferd kann nicht weg aber was dann macht Schwarz halt irgendwas anderes ich schlage dann mal wegen das Pferd und ja und was dann ah doch ah cool genau das habe ich noch nicht gesehen wenn ich mit dem Pferd hier hingehe dann bedrohe ich die Dame weil der Läufer dann freie Sicht hat und Pferd ist geschützt Dame hat eigentlich gar nicht so viele Felder zum Ausweichen ein bisschen schon ist jetzt nicht so dass die Dame völlig in der Falle wäre aber ich könnte halt zum Beispiel als nächstes hier hingehen mit dem Pferd und hier einen wunderbaren finden ja das machen wir mal nicht gelöst ach man das sah für mich wieder so vernünftig aus ich mache jetzt auch mal öfter Pfeile also dieses Manöver um dann eben hier den Pin zu haben und wie gesagt ich hätte jetzt gedacht ich überlebe auf dem Feld weil die Dame mich da eben nicht schlagen kann was ist daran jetzt so verwerflich ich finde klar Schwarz hat auch noch ein paar Züge um sich drauf vorzubereiten ok es muss noch was besseres geben so wie immer mit dem Läufer hier hin zu gehen hat den Vorteil dass ich hier sofort eine Bedrohung ausübe setzt aber eben die Dame nicht mehr unter Druck das war eben so der Grund ich packe das Pferd weg und der Läufer kriegt freie Sicht auf die Dame so das wäre jetzt hier nicht mehr der Fall Dame kann den Läufer halt nicht schlagen ok aber Dame wird halt auch jetzt überhaupt nicht mehr bedroht kann einfach stehen bleiben ah man ich sehe es wieder nicht ich probiere es jetzt ich habe keine Geduld mehr nicht gelöst ich habe keine Geduld mehr so lange kann ich auch in einem echten Spiel in der Regel nicht überlegen ich mache einfach hoch Hade komm was soll's ich man man hat man hat alle Zeit der Welt kriegt sofort das Feedback ob das jetzt gut oder nicht gut war und wird hoffentlich irgendwann dann auch mal besser da drin so aber ich versuche mir nochmal eine Strategie zu überlegen welche Figuren kann ich angreifen das war bei den letzten Rätseln schon mal keine schlechte Frage eine Dame ist natürlich immer ein begehrtes Ziel übrigens danke an wie ist er denn noch gleich Ben the Bull oder so ähnlich die Dame ist nämlich 9 Bauern wert weil es ja die Kombination aus Turm und Läufer ist Turm ist 5 Läufer ist 3 also in der Summe 9 macht absolut Sinn ok also die Dame ist ein begehrtes Ziel so auf die Dame ich könnte natürlich hier so einen Bauern hoch setzen muss man ja alles mal so durchdenken so wird dann halt sofort doppelt angegriffen und hat keinen Schutz also von daher eher unklug und jetzt hier irgendwie was vorzubereiten hier so eine Mauer hochzuziehen um die Dame irgendwie weg zu drängen das ist alles viel zu weitsichtig oder viel zu kleinschrittig ähm ne und dann dann die nächste Frage also wir gucken nochmal weiter alles andere ist eigentlich ganz gut geschützt also ich komme nicht so ohne weiteres hier an diese Sachen dran vielleicht hier erstmal auch die Frage kriege ich das Pferd weggelockt um dann irgendwie ja vielleicht vielleicht warte mal vielleicht wenn was ist denn wenn ich ja hierhin ist blöd da ist ja auch noch der Bauer wenn der Bauer hier schlägt ist zwar natürlich freie Sicht auf den König aber das bringt ja auch nicht viel weil ich keinen Turm hier auf der Grundlinie habe also dann die zweite Frage ist noch welche aktiven Figuren habe ich eigentlich ich habe hier den Läufer kann natürlich auch immer super sehen welche Felder so für mich in Frage kommen habe das Pferd da ist jetzt auch wenig also hier um die Dame herum aber da haben wir gerade auch schon was ausprobiert oder ich und mein Kurzzeit Gedächtnis den habe ich gerade ausprobiert der schien mir eigentlich sehr clever zu sein hier hin zu springen weiß ich nicht macht keinen Sinn dann ist das Pferd nicht geschützt das macht keinen Sinn und ganz zurück zu springen setzt den Weg hier frei aber das war es dann auch finde ich ein bisschen zu passiv vom Gefühl her so hier hin zu springen mit dem Pferd ah das könnte es sein denn das provoziert ein bisschen dieses Pferd das sagt vielleicht ach cool ein freies Pferd das frühstücke ich mir weg aber was mache ich dann dann kann ich Schach bieten Dame kann mich nicht schlagen und Dame muss aber weg wegen dieses Läufers kann dann aber einfach hier hin wenn mich nicht alles täuscht aber vielleicht das ist zumindest ein Versuch wert wir gehen mal hier hin auch falsch man das sieht dann immer so wo ich so denke ja du hast es und dann nö falsch boah ich hoffe ihr überspringt das das ist doch nicht auszuhalten das ist ja für mich schon die absolute qual da müsst ihr euch nicht auch noch quälen also wer das hier alles mit mir durch guckt gnadenlos soll mal in die Kommentare schreiben dann kriegt ihr ein Like als Trost Pflaster so ja mit dem Bauern hier hoch zu rücken der ist dann geschützt okay aber das ist doch überhaupt nicht so stringent wie man das in diesen Taktik Aufgaben hat also es ist ja schon recht zielgerichtet das sind ja nur ein zwei Manöver schon hat man seinen Vorteil so was ist wenn mit dem Pferd hier hin ja kann man machen aber ja doch das ist vielleicht auch gar nicht dumm weil es ist ja immer noch dann so dass die Bedrohung hier auf die Dame entsteht und gleichzeitig ja greife ich zwar nicht aber das Pferd ist ja hier relativ gut geschützt also genauso gut geschützt wie es angegriffen wird naja ich probiere es auch mal ist natürlich auch falsch aber das hätte ich irgendwie gedacht dass eigentlich so dieses discover attack dass es darum geht bei dieser Aufgabe ich bin auch wieder kurz davor jetzt aufzugeben mir die Lösung anzeigen zu lassen viel fällt mir nicht ein was ist denn wenn ich mit dem Läufer hier hingehe auch doppelt doppelt angegriffen und ich habe nur das eine Pferd um es zu verteidigen also erscheint mir nicht sinnvoll ich lasse mir die Lösung anzeigen sorry ich gebe auf da hatte ich gerade gedacht und erschien mir aber doof weil jetzt hier der Bauer schlagen kann ne kann er natürlich nicht aber gut ja jetzt wo ich so sehe ok machen weiter Bauer schlägt was idiotisch ist ja ist wahrscheinlich auch egal genau er schlägt danach noch den Läufer na gut ich schlage auf jeden Fall die Dame das ist dann relativ klar ach warum komme ich denn auf sowas nicht also ich fühle mich nicht gut vorbereitet ich spiele ein 10 Minuten Spiel ich lasse mir den Gegner zulosen aber immerhin habe ich mal weiß und fühle ich aber das war wirklich sehr sehr frustrierend jetzt also ja wenn ich die lösung dann so sehe denke ich mir ja okay eigentlich nicht so schwierig warum bin ich nicht drauf gekommen den Zug verstehe ich nicht achso doch klar macht ja nichts gehen wir einfach ein zurück so weit so gut das finde ich jetzt auch noch nicht so weiter tragisch sollen wir mal hier das Pferd ein bisschen wegscheuchen ja also er ist hier schon relativ er meint das hier gerade schon recht ernst mit den mit den Bauern aber bin ich jetzt gerade minimal zu unsicher komm wir nehmen mal das Pferd noch hier zu Hilfe wenn jetzt die Bauern noch weiter vorrücken dann kriege ich langsam Schwierigkeiten aber warum ja stimmt wenn jetzt dieser Bauer vorrückt ja dann schlage ich mit dem Bauern was soll der Geiz okay die Bauernfront rückt an das ist super untypisch für meine für meinen dafür halten der ist leider doppelt geschützt sonst würde ich ja hier mal ein Austausch manöver an streben aber da komme jetzt nicht ran komm wir machen die rochade ich will wissen was er hier vor hat bisschen Sorge habe ich dass ich hier gleich nicht mehr raus komme interessant das Stil zu spielen also mit dem Pferd gehen wir jetzt einfach mal hier schön offensiv rein warum nicht so wie wir es immer machen dieser bau er ist geschützt durch den läufer alles gut geschützt zeiten sind noch ausgeglichen das ist erstmal wichtig so aber nutzt die zeit zum nachdenken okay er nimmt die dame um jetzt noch mehr druck oder um überhaupt mal druck aufs pferd auszuüben was völliger blödsinn ist die dame die ist für mich kein problem deswegen würde ich sagen gehen wir mal weiter in die entwicklung junge jetzt willst es aber wissen ja ich gehe nicht mit dem bauern dagegen ist doch quatsch ich habe doch meinen läufer verstehe ehrlich gesagt nicht so ganz vielleicht habe ich eine chance soll ich mal schach bieten scheint mir gerade noch ein bisschen zu früh zu sein ja weil einfach nur schach bieten ist ja komm wir setzen ihn mal unter druck oder nicht so lange überlegen klausi komm schach was soll groß passieren sehr gut jetzt mit dem bauern hier reinsetzen finde ich blöd weil ich schneide mir den läuferweg halt ab ach man ich bin eigentlich voll gut soll mal hier tauschen vielleicht das pferd mal hier hin nehmen das vielleicht nicht ganz doof nee warte wir nehmen erstmal den läufer und dann schlagen wir mit dem pferd und dann gucken wir mal wir gucken mal ach quatsch wir können nicht mit dem pferd schlagen ich habe nicht nachgedacht ach Klausi das war unnötig das echt viel zeit vergeudet für einen schlechten zug aber gut ich habe dadurch jetzt nicht direkten nachteil er wird meinen läufer zurückschlagen und dabei lassen wir es erstmal stehen genau ich kann jetzt also leider nicht nochmal schlagen so das pferd will ich ungern weg nehmen jetzt kann ich immerhin hier hin machen wir mal vergeudet nicht so viel zeit ja jetzt gabelt er mich das war also auch wieder schlecht richtig schlecht klaus irgendwie musst du jetzt mal ein bisschen zaubern komm ich biete Schach meine güte wie jonglier ich mich denn hier durch die Partie gerade so wenn er schlau ist Augenblick mal so weiter geht's genau das hätte ich auch an seiner Stelle gemacht und Turm dahin gesetzt haben wir hier ah ja jetzt kann ich aber hier dagegen gehen wunderbar ich glaube ich komme irgendwie aus der aus der Aktion noch raus ja ich glaube das war okay puh aber es war ein bisschen unnötig ehrlich gesagt aber komischerweise ich liege immer noch ein Teil vorne ich habe gar nicht mitgekriegt dass er hey ich habe echt einen Vorteil gerade dadurch durch die Aktion gehabt meine Güte ey Klausi du musst auch mal ein bisschen konzentrierter spielen es kann nicht sein dass du vergisst was du geschlagen hast oder was der Gegner nicht geschlagen jedenfalls jetzt erstmal wieder wahnsinnigen Zeit Nachteil Okay was soll das jetzt noch eine Bedrohung auf das Pferd aber gut finde ich nicht ich habe das ja zweifach geschützt ich habe so manchmal ein bisschen das Gefühl er sieht das nicht dass mein Läufer hier auch noch steht und jetzt ich kann den hier nehmen wäre jetzt nicht so ein riesen Problem ich würde ihn wieder zwingen sich zu bewegen oder sollen wir eine schöne discover attack machen auch ja doch sollen wir das machen ich springe mit dem Pferd hier rein kein doch Schach er muss irgendwie weg er kann natürlich er kann mein Pferd nicht schlagen weil das geschützt ist kann dann irgendwie weg gehen und ich habe den ich mache das mal sieht für mich jetzt nicht ganz doof aus okay das war nicht schlecht weil ja aber jetzt nehme ich mir einfach den den Bauern oder der ist ja nicht geschützt hier oder soll ich den kann ich nicht nehmen nehmen wir erstmal den ich glaube da ist noch alles gut aber ich muss höllisch aufpassen dass ich nicht irgendwas übersehe dass er meine Dame mir abluckst was ist jetzt passiert er schlägt mit dem Pferd mein Pferd sodass dieses jetzt auch frei ist aber gut dann nehmen wir jetzt ist halt den Turm gut dann kriegt er natürlich mein Pferd auch noch wir machen es trotzdem vielleicht bin ich zu ungeduldig damit gewesen so dann könnten wir gleich gegebenenfalls noch einen Damentausch machen schauen wir mal wir schauen mal aber es sieht jetzt gar nicht so schlecht aus für mich Dame ist unter Druck die wird jetzt einfach weg weg ziehen ich würde liebend gerne gleich noch eine schöne Gabelung machen mit meiner Dame um den anderen was mache ich jetzt jetzt muss ich ein bisschen auf die Uhr gucken ich kann hier hin nochmal Schach bieten dann hätte ich den Damentausch provoziert geht noch geht noch irgendwas besseres nee ich mache es jetzt einfach nochmal Schach meines Erachtens muss er mich jetzt schlagen mit der Dame er kann natürlich hier hingehen also kommt irgendwie aufs gleiche hinaus ich würde an seiner Stelle er macht er tatsächlich er geht dahin ihm scheint die Dame sehr wichtig zu sein sollen wir die jetzt mal abnehmen vielleicht so noch warum nicht gut dann eben auf die Weise also ich habe plus sieben also wenn ich das jetzt nicht gewinne dann muss ich wirklich an meiner geistigen Zurechnungsfähigkeiten zweifeln der König ist relativ exponiert aber ja mein Läufer hat jetzt relativ wenig auszusetzen auszurichten sein aber auch ja was mache ich ich muss jetzt mit den Bauern irgendwie raus keine Ahnung ehrlich gesagt so jetzt bin ich jetzt bin ich super unsicher also ich lasse jetzt hier quasi eine Schwäche zu aber wie soll ich sonst mit meinen Türmen raus kommen so und du musst jetzt mal gucken dass du nicht zu weit in Zeit Nachteil kommst interessant dass er witzig dass er so ganz aus dem Spiel ist mit mit seinem Turm ja was soll ich da jetzt machen das sieht doch so gut aus Mensch komm wir brauchen einen zweiten Turm ich muss schnell spielen ja das kommt davon wenn man schnell spielt jetzt verliere ich auch noch es sah gut aus zwischenzeitlich aber das hat mir jetzt das Genick gebrochen ich habe mich total verguckt jetzt hat er plus drei so schnell kann das gehen okay verloren er hat er hat nicht meinen na egal ach man jetzt bin ich echt frustriert das sah wirklich gut aus oder was meint ihr ich glaube heute werde ich einmal komm schade heute werde ich glaube ich einen Stream machen ohne Gewinn meine Güte war ich gut hier das fand ich echt super das ganze manöver ich habe echt auch so meinen vorteil so peu a peu ausgebaut und hier habe ich einfach angefangen zu schwimmen was soll ich hier groß machen ich muss irgendwie eine Lücke erzeugen und hier schien mir sinnvoll weil die Türme hier eh schon stehen na klar mein König ist dann hier potenziell natürlich auch angreifbarer aber mein Gott wir gehen aufs Endgame zu und ich habe zwei Türme gegen Läufer und Turm so ich hätte vielleicht ah ja und noch meinen Läufer Gott den habe ich ganz vergessen so und hier hätte ich vielleicht schon früher meinen Turm ins Spiel holen können weiß jetzt auch nicht was das vielleicht hätte ich den mal eins weitersetzen sollen so und dann bin ich langsam nervös geworden weil nicht mehr viel Zeit war und hier war der größte Fehler hier bin ich mit dem Turm reingegangen was Quatsch war und ich habe nicht gesehen dass er hier die Diagonale kontrolliert und das war der Anfang vom Ende auch nicht geguckt genau das war das Problem weil ich irgendwie schwarz und weiß kurz verwechselt hatte ich wollte den eigentlich eins weiter stellen vielleicht habe ich mich auch verklickt einfach auf das Feld tschüss